Ich liebe es, morgens auf meinem Rad zu fahren. Mein Fahrrad ist mir fast so wichtig wie meine Kühe. Es ist jetzt fünf Jahre her, dass ich den Betrieb meiner Eltern übernommen habe. Jetzt war es an mir, einen Betrieb aufzubauen, dessen Grundlage die Bedürfnisse und die Freiheit der Kühe bildeten. In dem nur Zeit mit den Kühen verbracht wird, die wirklich Aufmerksamkeit benötigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017